Der spanische Europameister Ica Casillas von Real Madrid ist zum Welttorhüter des Jahres 2008 gewählt worden. Auch zwei Deutsche haben es bei dem von der Internationalen Föderation für Fußballgeschichte und Statistik durchgeführten Votum unter die Top 15 geschafft. Jens Lehmann vom VfB Stuttgart wurde 9. Nationaltorhüter René Adler von Bayer Leverkusen 13. Der belgische Erstligist FC Brügge ist offenbar an einer Verpflichtung des Dortmunders Marc-André Kruska interessiert. Nach Informationen der westfälischen Rundschau ist der BVB gewillt, den 21-Jährigen ziehen zu lassen. Brügge soll für den Mittelfeldspieler 500.000 Euro Ablöse geboten haben. Beim BVB hat Kruska derzeit keine Chance auf einen Stammplatz. Für Bayern-Keeper Michael Rensing sind Auswärtsspiele, vor allem in der Champions League, ein ganz besonderer Motivationsschub. Rensing im Spocks-Interview wörtlich Trotz der Herbstmeisterschaft sieht Hoffenheims Manager Jan Schindelmeiser seinen Klub nach wie vor in der Rolle des Jägers. Es sei eine schwere Aufgabe, an der Tabellenspitze zu bleiben. Das Team sehe sich nach wie vor nicht als gejagte, so Schindelmeiser in der Rhein-Neckar-Zeitung. Hoffenheim überwintert punktgleich mit den Bayern mit 35 Zählern an der Spitze der Bundesliga, hat jedoch ein besseres Torverhältnis als der Rekordmeister. Die Dallas Mavericks haben in der NBA einen knappen Heimsieg gegen die New York Knicks gelandet. Das Team von Dirk Nowitzki besiegte die Knicks mit 99 zu 94. Der durch eine Erkältung geschwächte Nowitzki blieb mit 10 Punkten, 7 Rebounds und 7 Assists blass. Dallas verbesserte seine Bilanz so auf 22 Siege bei 13 Niederlagen. 20 der vergangenen 26 Spiele wurden gewonnen.